Ich möchte mich nur entschuldigen bei Mikes Mutter und Joshs Mutter und meiner Mutter. Es tut mir so, so sehr leid, weil es meine Schuld war, denn es war mein Projekt. Ich habe solche Angst. Die Suche nach den drei vermissten Studenten von Montgomery College wurde heute Nacht fortgesetzt. Während des nun schon zehn Tage andauernden Einsatzes der Suchtrupps haben sich keinerlei Anhaltspunkte ergeben. Wir haben ein paar Spuren entdeckt und gewisse andere Hinweise. Wir hoffen, dass ich dadurch Teile dieses rettlaften Puzzles zusammenfügen lassen. Glauben Sie, dass das Verschwinden Ihres Sohnes mit etwas Okkultem zu tun hat? Oh mein Gott! Wo bist du, Cash? Wo bist du?